komm ich ruf es hier rüber da hinten ist auch noch was da komme ich natürlich nicht her so ein müll ok das war wohl auch hat sich ja gelohnt nicht was ist denn jetzt hier ich will hier durch natürlich habe ich da nicht vorhin schon drauf gedrückt ich habe hier unglaublich überflüssige maschinen nicht zu fassen hier sind wir aufgefahren wir können die monstern auch krise das ist ja soweit unten und bekommst du wieder her wenn ich so als wenn ich schon alles getötet hätte ich sehe gar nicht wie kann der denn in die ecke springen komisch ich merke schon die werden immer schlauer oder ich werde nur immer dümmer ja so viel zum thema hier ich werde mich jetzt auf den boden wow la 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 schön gut ich schalte nur dass sie alle gleich aussehen die zombies ne also ne dick oder dünn oder mit maske auf geht ja noch drei stück nur als alles was ihr könnt natürlich nicht das ist immer wieder erstaunlich dass die in den wänden rumhängen hmm rot noch mehr ok oh keine munition mehr aber ja zeit für die kack knarren obwohl die eigentlich besser sein müsste ne ah so hm telekinese sollte mir das jetzt angst machen oder 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 mir nur hier das secret zeigen oh 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 ja wie gesagt ich fühle die knarre nie besser hatte er ist da hinten her und wenn ich hier an den komischen penisdingern vorbeigekommen bin jetzt ist die scheiß fliege auch noch auf dem monitor mein gott mit zeit für captain motor segel ja 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 die richtet alle mit der motor segel dafür kann man nicht zu spät kommen ja toll das war's das war's das war's haha hm war ich doch sofort richtig wichtig wichtige Aufgabe so kommen wir jetzt wieder hin ich weiß gar nicht mehr wie lang das spiel ist ich weiß auch gar nicht wie lange ich inzwischen schon spiele zwei drei stunden oder so er hat ein schild also hm hm lebensenergie ob der ernst auch immer die geräusche macht wenn ich die auch sagen boah jetzt wollen sie das aber wissen ja ja ich hab nur ein magazin gebraucht hm da muss ich wahrscheinlich wieder nicht runter oh schon wieder keine emotion hm schrotflinte 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 ähm äh äh 246 es hat das Stück keine Nummer war yeah ja 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 das ist auch nichts von toll pp 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 Du kommst jetzt halt durch, oder wie? Ja, cool. Ich schließe alle ab. Ich muss Musik sparen. Warum schießt der auf mich? ist ja doch das müssen die ketten säge schon wieder das war auch hier aber ich glaube ich ja nicht mal selbst gerechnet gut das heilt da ist ein moppel gar keine chance hat das ist eigentlich die fücher von der juke und wie manche leute sagen da knacken sondern schaffte immer auf nicht wieder hinter mir, oder? Natürlich ist es nicht so, was? oh ich muss was auf dem Gehirn kommt davon, wenn man die Gehirne außen trägt sind die Viecher eigentlich unkaputt? ja, müsste ja eigentlich, wenn die kaputt gehen würde dann könnte ich hier durch die ganzen Türen nicht durch ja, hast du wieder nicht aufgepasst, kleiner muss ich hier alles selber machen war halt nicht eine Tür, ne warum hat denn hier kleine kein Licht? höh? was ist denn da? ach, Lift du, didu nein gut, Schrotwinter äh ne, da unten kann ich immer noch nicht ja, was soll der denn machen? mich betrügen? ja, mach mal, hat der das schon? oder muss ich das nochmal? na? na? Ben Wolfe? oder ist er denn ja auch nicht? Rob Finch no audio look keine Noman, keine Noman, interessiert mich nicht weiter haaa romantisch ach ne, Moment, das ist ja scheiße da war jetzt wieder ach so, das liegt in Kontrolle ich habe alles eingesammelt und keine Monster kommen jedenfalls ist hier faul ja, dann hau rein, muss ich ja überall selber drauf drinnen du hörst mich? zurück zurück von der Konsole nicht verabschieden wir wissen nicht, was hier passiert und bis wir tun das ist unter UAC-Kontrolle kancel die Transmission ok, auf fähig ja, pfff ne kümmer du hast keine Ahnung, was du gerade getan hast die Tiefen die Tiefen die Tiefen die Tiefen wissen, was könnte passieren die Tiefen die Tiefen die Tiefen die Tiefen die Tiefen natürlich habe ich keine Ahnung welcher sowieso alle retten wo muss ich jetzt schon hier sonst immer stand doch sonst immer ach ist auch egal ich hoffe weiter und töte alles ach jetzt kann ich mich schon mit da unten hoffe ich mal ja wie fand das da wohl ist und warum ist eigentlich immer tag draußen sind die maßtage nicht noch kürzer als die erd tage müsste jetzt verquetscht von der tür ich wusste gar nicht mehr wie scheiße ich knarre er füllte ihren zweck ja 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 Vielen Dank.